So, Teil 3, die nächste Hälfte vom Baum. So, ich muss hier mal gucken. Ah ja. Das Grünchen noch auf. Genau. Es wird jetzt ein bisschen dunkel, weil hier die beiden Überläufungen nicht ansetzt. Ja. Aber es gibt jetzt auch nichts, dann fängt die Leute, ich hab hier auch nicht. Eben, und das möchten wir jetzt nicht. Wir lassen jetzt keinen rein, von dürfen wir auch gar nicht. Wir haben Sonntag immer noch. Ja, wir haben gleich halb vier. Wir haben halb drei angefangen. Ich gucke nicht schon so lange dran. Ja. Ich sage dir, das dauert 3, 4 Stunden. Ist ja nicht schlimm. Wir gucken dir auch gern 3, 4 Stunden dabei zu. Ohne das eigentlich Laufkommen. Ich glaube, wir machen dadurch eine Playlist, weil ich die Gucke, das Weihnachtsfenster, neue Playlist. Wäre das nichts? Mhm. Jetzt wüsste ich jetzt nicht, wo ich reintun kann, weil Lifestyle ist es nicht wirklich. Und Ohlala-Moden eigentlich schon, aber auch wieder nicht. Ich glaube, wir machen neue Playlisten. Wenn die hier arbeiten, darfst du eigentlich auflassen, wenn die das hier machen? Wenn die das da oben machen, in ein paar Wochen. Muss ich eigentlich mit dem Mikrofon? Ja, ja, aber darfst du auflassen? Ja, ja. Ja, ja. Die gehen ja hier in den Bereich, wenn die gar nicht sein, ein paar Minuten in dem Bereich. Aber ich weiß nicht, wenn ich das mache, dann machte eine halbe Stunde Bildschirmangläsung fertig. Und dafür auflassen wir die Schmerzen auf die auf. Ja. Jetzt müssen sich erstmal die Lämpchen drauflegen. Mhm. Und die gucken. Wieso, man hat immer so ein Talent. Man macht die Lämpchen drauf. Man blickt sich selbst noch hin. Oh, sie tut's ja gar nicht. Man kann den ganzen bisschen runter bauen. Ja. Das ist mir schon passiert, dass die machen jetzt nicht mehr. So, jetzt werden die jetzt überprüft. Machen wir jetzt eine Änderung. Und jetzt werden die überprüft. Glaubst du nicht, dass wir den nicht falten? Also den nicht falten, das hat sie geknallt. Wir gehen mal von... Ja, guck mal. Ja. Alle? Nö. Nicht alle. Die nicht. Kann aber auch sein, dass die zwei Kabeln sind. Ich will jetzt mal nicht mehr... Ja, ich glaube, es sind hier zwei. Es sind zwei? Ja, ich meine, da kommt noch ein anderer Stecker rein. Okay. Mhm. Wo ist denn der letzte Stecker hin? So, oder? Das sieht aber nicht nach zwei aus. Wo willst du denn hier noch einen Stecker einhaben? Manche funktionieren, manche nicht. Wo ist so ein Blink... Oder ist so ein Blinkeding? Ja, es ist ein Teil Blink, ein anderer nicht. Aber ich jetzt muss mir jetzt wirklich... Ich erzähle mal mal gucken. Ja, die sind jetzt relativ neu. Kann das auch sein. Ach, ja. Was denn? Wieder? Ah, ja. Aber die anderen tun es aber dann nicht. Guck. Nee, immer... Nee, siehst du... Also Blau ist schon da. Ja, ja. Blau-Grün kommt jetzt auch. Aber aus Blau wird dann Grün. Weiß, wie ich das meine? Nee, gar nix. Nee, gar nix. Die ist auch grün, doch die ist rot. Das heißt jetzt ganz minimal, ich würde das hier teilen. Okay, das kann auch sein. Ja, ist nicht schlimm. Wir improvisieren das. Ich hab hier noch eine. Du hast ja erst gekauft, was ist denn hier los? Ja, das machen wir anders. Ist nicht schlimm, die wird trotzdem verletzt. Die war neu, die musst du machen. Ich glaub, die war das. Ich glaub, die war die neue. Ja, die nehmen wir. Ah, ja, die nehmen wir. Die sieht ja toll aus. Die nehmen wir nochmal. Also die geht auf jeden Fall. Ja. Ich wusste nämlich, wir haben noch Läber 16 neue gekauft. Vorsicht, die Spitze. Wie gesagt, Weihnachtsbaum mit Kugeln könnt ihr erwerben. Die hatte, glaub ich, die bei Batterie. Ja, die bei Batterie. Gucken, ob die noch geht. Ausprobieren. Ausprobieren. Nö. Aber die haben wir noch da. Gut. Ja, ich kann nicht so außen fotografieren, Freunde. Ich glaub's auch nicht. Bei draußen mal Menschen rumlaufen. Echt? Menschen? Ja, Wesen. Komische Wesen auf zwei Beinen. Drei Beinen. Komische Wesen auf zwei Beinen, ne? Mit Zubo. Ja. Ja. Ach nee, hey. Fünf Minuten. Was haben wir gemacht? Wie stand bei Kumbapur? Hey, jetzt darfst du kein Essen sehen. Voll das spannende Video. Teil drei wird super. Oder Teil vier, ich weiß es nicht. Welcher Teil ist das jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Jetzt guck ich jetzt mal. Und das jetzt so. Ja, die eine wollte mich weg tun und haben zwei neue gekauft. So war das nämlich. Genau. Hier haben wir noch mal die eine gegenüber. Hier. Dann haben wir jetzt die hier. Genau. Und jetzt steht es weiter. So war das, ne? Jetzt weißt du wieder. Ja, dann musst du die Batterien wieder hoch rausholen. Also eine zumindest. Genau. Jetzt ist wohl. Gut. Aber die geht. Weiß Bescheid. Dann waren das die beiden. Sag dir, wir kriegen das wieder raus. Was ist eigentlich dein Lieblingsweihnachtssong? Ja, ich weiß nicht, ne? Echt? Ja, nicht, ne? Wirklich? Du hast mal zu mir gesagt, du kannst sie nicht mehr hören. Ja, geht's noch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ne? Und was ist dann dein Lieblingssong? Weiß ich noch nicht. Das gerade auch kommt, ne? Also, das ist das Christmas. Let's Christmas, ja, meine Ahnung. Ich weiß jetzt so. Ja. Ja, ich meine, die Deutschen sind mir da... Aber dann von wenn? Also, wenn dann das Originale? Ich meine, die alten wieder sind auch nicht. Nein, ich meine, das Originale Let's Christmas, Ben. Nicht dieses Andere. Also, jetzt nicht das Deutsche. Das finde ich nicht so. Wie schmückt man einen Weihnachtsbaum? Ja, das tut jetzt ein bisschen... Zuerst nehme ich mal die Kette an. Ja. Das ist voll im Grunde. Ja. Ich habe das Kugeln, ich habe ein Problem mit den Ketten. Ach so. Das... Ja, das ist irgendwie jetzt logisch. Ja. Die meinten noch nicht. Das ist auch schon passiert. Ich habe dich geträumt. Ich habe dich geträumt. Ich habe dich geträumt. Ja, ich habe dich geträumt. Ich habe dich geträumt. Ich habe dich geträumt. Ich habe dich geträumt. Ich habe dich einfach nach unten gelegt, unter dem Baum, weil du keinen Bock mehr hattest. Hätte ich auch gemacht, ja. Das war letztes Jahr, ich erinnere mich. Ja, weil die Lampe kaputt gegangen ist. Genau. Dann hast du gesagt, scheiße, jetzt lege ich das einfach da drunter. Ja, dann habe ich ja kein Lippen mehr nachgegangen. Nein, ich doch. Das war letztes Weihnacht. Siehste, Let's Christmas. Haben wir es schon wieder. Ich erinnere mich, da war doch was. Dann kann man die immer so schön reintun. Die Farben kann man so ein bisschen auseinanderziehen. Kann man so schön reinmachen. Ja, so ist das. Jetzt wollen wir uns gleich, denke ich, mal weiterfüllen. Alles klar.